Meditation der Liebe Beginnen wir alle. Möglich, friedvoll, glücklich und gelöst sein im Körper und Geist. Ein Punkt, Moment mal. Was heißt das? Friedvoll, glücklich und gelöst sein im Körper und Geist. Gelöst halte ich für entspannt, frei, entspannt. Glücklich, dass man das auch weiß, dass es von ihnen kommen kann. Und dass mit dem Glücklichsein natürlich auch Frieden kommt. Bitte sagen wir es nochmal. Glücklich, friedvoll, glücklich und gelöst sein im Körper und Geist. Weiter. Glücklich, frei sein von Verletzungen und Händen. Glücklich, frei sein von Mut, Verstückung, Furcht und Hässlichkeit. Glücklich, frei sein von Mut, Verstückung, Furcht und Hässlichkeit. Und weiter. Glücklich, die Lernen, die Selbstmütung, den Augen der Himmel und des Verstehens zu betrachten. Glücklich, die Lernen, die Säme, die Lências zu betrachten. Glücklich, die Lernen, die Säme der Freude und des�is SC-Verstehens, in dem wir zu erkennen und zu berühren. Was heißt das? Möge ich fähig sein, die Samen der Freude und des Glücks in mir zu erkennen und zu berühren? Die Samen der Freude und des Glücks. Erstmal braucht man erkennen, anerkennen in mir. Berühren heißt in Verbindung treten damit und auch nähren Freude und Glück. In den Nahrung beten. Das nächste. Möge ich verdanken, die Quellen von Ärger, Verlangen und Täuschung in der Welt zu stellen und zu erkennen. Was sind die Quellen von Ärger? Alles, was mich stört, alles, was ich nicht richtig finde, alles, was mich verletzen könnte, mir unangenehm ist. Alles das kann Ärger auslösen. Und Verlangen ist mein Begehren. Haben wollen, festhalten wollen, mehr wollen. Alles das und die Täuschung. Damit ist die Verblendung gemeint. Dieses Fixiertsein auf Dinge. Haften an allem. Kleben, sich anklammern. Glauben, man könnte Dinge festzahlen. Die Täuschung. Und das erstmal festzustellen, dass es da ist, indem man es erkennt, kann man sich von manchmal auch schon lösen. Einsicht ist das Mittel dazu. Wollen wir das Letzte nochmal lesen. Mühe, wie ich lerne, die Quellen von Ärger, Verlangen und Täuschung in der Welt festzustellen und zu erkennen. Und warum soll ich das machen? Quellen von Ärger, Verlangen und Täuschung. Weil der Buddha sagt, alles das bringt mir Leid. Es geht immer wieder, dass wir das Leid überwinden können und auch wollen. Und das Nächste. Mühe, wie ich erfahren, wie ich zusammen der Freude täglich in mir nähern kann. Es ist ganz wichtig, dass man täglich die Samen der Freude nährt, die Samen der Freude begießt, dass sie wachsen. Täglich schauen, was man sich, selbst oder anderen eine Freude machen kann. Und auch die Mitfreude ist eine Freude. Und das Nächste. Mühe, wie ich will sein, frisch, gefestigt und frei zu leben. Frisch, gefestigt und frei. Gefestigt ist auch diesen Selbstwert in sich. Sichern und Wissen, das ist da in mir. Und wenn der Samen der Freude und der Liebe und des Verständnisses in mir genährt werden, dann bekomme ich dieses Gefühl von Selbstwert. Und das auch wirklich immer wieder eine Verbindung dorthin schaffen. Das festigt mich innerlich. Das gibt mir Stabilität. Da kann ich kaum etwas umwerfen. Und so kann ich dann frisch, gefestigt und frei leben. Und das Letzte. Mühe, wie ich frei sein von Anhaftung und Ablehnung, nicht wahr, aber gleichgültig. Das macht eine viel größere Freiheit noch, wenn man an nichts mehr hängt, nicht an nichts klammern, aber auch nicht an der Ablehnung klammern. Kann man sehr wohl klammern an seinen Zorn und an seinen Ärger. Und diesen Dingen klammern wir oft. An seinem Groll. Alles das loslassen. Anhaften. Loslassen nicht mehr. Und trotzdem nicht gleichgültig werden. Das ist eine große Kunst. Gelassen und gleich Mut üben, ja. Und nicht gleichgültig sein. Gelassenheit hat immer mit inneren Wohlwollen zu tun. Eine heitere Gelassenheit. Mit Freude, mit Wohlwollen, mit Liebe. Und gleichgültigkeit heißt, hat mit Abschotten und mit Ablehnen zu tun. Und jetzt möchte ich, dass unsere drei, die morgen weggehen, müsste eigentlich in unseren Kreis hier reinkommen, irgendwie. Dann lesen wir nämlich das alles für die drei. Dann machen wir das. Habt ihr Lust? Wollt ihr kommen? Oder wollt ihr lieber bleiben? Die bleiben hier schön. Könnt ihr ruhig mal nach vorne hinbekommen. Nehmen wir euer Kissen mit. Und, ähm, ja. Nun könnt ihr alle dazu aufstehen. Das ist vielleicht schon leichter. Wir stehen mal auf. Dann braucht ihr euch nicht extra hinzusetzen. Wie wäre das? Kommt ihr alle ein bisschen näher ran? Das müssen wir so eine Art Kreis bringen. Die können wir doch. Ja, wenn wir es in den Kissen haben, jetzt kommt der Kissen. Dann wird der Kissen sitzen. Ganz glücklich. Jetzt reicht's. Das passt aber nicht. Wenn wir es nicht tun, dann wird es nicht tun. So. Ihr seid nicht in den Kissen. Alle kommen die ein bisschen näher ran. Kommt ihr weiter rum hier so. 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 Und dann, ihr bekommt eure Titel gar nicht. Die nehmt ihr mit. Die nehmt ihr mit. Wir lesen euch was Schönes vor. Und wünschen euch das auch. Alle sind einverstanden, ihnen was besonders Gutes mitzugeben. Und da lesen wir, möge ihr, und so weiter. Ja. Wir müssen ein bisschen umändern, dass es passt. Also, wie gesagt, wenn wir eure Namen haben, dass wir alle wissen, Claudia, das ist die Claudia, Hans, der Hans und die Barbara. Also euch drei, die wollen wir den Seelenswünsche nicht geben. So. Also. Möge dir für dich voll, glücklich und gelöst sein in dir glaubhaft mit dem Geist. Möge dir frei sein von Verletzung und Heiligung. Möge dir frei sein Möge dir frei sein, Verschreckung, Furcht und Hässlichkeit. Komm, bitte. Das geht ein bisschen sein. Möge dir lernen, euch zu setzen in der Augen der Liebe und des Erstehens zu bedachten. Möge dir frei sein, die Samen der Freude und des Glückes um euch zu erkennen und zu blöden. Wie möchtet ihr lernen, die Welt von Eier, Verlangen und Täuschung in euch festzustellen und zu erheben? Wie möchtet ihr erfahren, wie euch das Samen der Freude täglich in euch ernähren könnt? Wie möchtet ihr fähig sein, frisch, gefestigt und frei zu leben? Wie möchtet ihr frei sein von Anhaftung und Abelgängung und nicht abgleich glücklich? Und das wünschen wir euch von Herzen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020